Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen äh, zu einem neuen Video mein Name ist SpaceLeon hier unten, also Leon für 6 Wahnsinn, oder eher gesagt heute spielen wir mal Ion-Formular wie ihr seht oder, kennt ihr das überhaupt? wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare oder wenn ja auch und jetzt fahr mal los ich kenne das Spiel schon ein bisschen etwas länger, deswegen spiele ich es auch immer öfter deswegen weiß ich wie man hier fahren muss das Spiel geht auf Roblox, das heißt Ion-Formular ich schalte es dann auch nochmal in die Videobeschreibung wenn ihr es mal spielen wollt und ja wir sind gerade auf den letzten Platz, ok ach, der Platz aber kurz geflogen eigentlich müsste es jetzt red black geben also in echten form 1 aber gibt es nicht ein bisschen zu leise bin dann rede ich jetzt mal bitte lauter also das spiel handelt sich hier wie bei der formel 1 man muss halt wieder rennen fahren das ist halt auch schon das dritte video was ich hier produziere weil es werden drei videos kommen innerhalb von drei tagen weil ich bin in den nächsten zwei tagen weg also heute kommt ein video und in den nächsten zwei tagen kommt auch noch ein wie er kommt auch jeweils noch ein video weil wir in den nächsten zwei tagen ja weg wir müssen insgesamt vier runden fahren zwei hammer schon also heißt es wir müssen noch zwei fahren so lange als es für mich noch die drinnen dann noch die eine andere runde fahren bei der mitte bei der ersten runde gestartet ist wenn wir jetzt auch vier Runden fahren. Ja, wenn ihr irgendwie andere Spiele sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich die Spiele zu spielen, wenn die nichts kosten. Und ja, also es kann ein Roblox-Spiel sein, Minecraft-Server, Steam-Spiel, also wenn es kostenlos ist oder was ich schon habe. Wenn nicht, dann schaue ich mir mal an und dann überlege ich mir, ob ich mir das vielleicht kaufe. Das würde ungeschnitten hochgeladen, weil ich weiß nicht, wie ich hier pausieren soll, während der Fahrt. Der erste hat verlassen. Der erste hat verlassen. Ich habe doch das Fench gefeuert. Hätte erstes wieder da, ja, moin. Komm, nimm dir noch. Also, ich bin jetzt auch wieder sehr extra fertig geworden. Die letzte Runde. Und danach würde ich auch die Aufnahme beenden. Nein! Weil, ja. 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 irgendwie hochladen heute noch. Oh. Alle drei. So? Janik redet nochmal. Wie alt seid ihr? Janik redet nochmal. What the fuck? Janik? Hast du's auch? Janik redet. Tschau женщinde. Sparr das. Dann sollte man Quemann raus! Yo-õhhhhh. Ich hätt jetzt ja 5 Euro Niedel-Hetser. Wenn du's halt jetzt hier mal 10 Euro Niedel-Hetze. Okay. Esh mehr, sicher. was soll ich noch großartig verlieren hier also ich würde mich über eine gute Bewerbung Bewerbung genau Bewertung freuen und über ein Komi damit ich weiß was ich besser machen kann die wir können aber die Reihe an die kommen eine Runde kommen und ich hoffe ich habe das Video Spaß gemacht ich bin Ende ist wieder erst in der Pitlane man kann ja auch wieder finden und nicht während der Fahrt sonst wäre es ja irgendwie blöd ein kann ich mich ja nicht wichtig verabschieden und so auch nicht Döner Döner Spieß Deine Mutter ist im Kies und schlägt nach Wies das ist ohne ihn der kleine Pisser also wie ihr seht hier unten da da das rote hier das heißt dass der Flügel also hier vorne das weiße da dass das hier vorne weg ist aber im Spiel wird es noch angezeigt dass es da ist die Räder wisst ihr glaube ich hier die Fronträder die beiden hier also hier die zwei die sind schon sehr abgenutzt das Spiel laut dem Spielen okay Papa Entschuldigung Papa Entschuldigung Papa Entschuldigung Papa Entschuldigung denn sie schmecken sie schmecken mir am besten egal wo ich auch immer bin Thüringer Köse die mag ich sehr sie schmecken mir am besten denn egal wo ich auch immer bin also wie gesagt ich hoffe euch hat das Video gefallen ich würde mich über eine positive Bewertung freuen und danke fürs Zuschauen euer SpaceLearn das ist sie sie es